Schwiegervater, Hans hat vergessen, mir genug Haushaltgeld da zu lassen. Weiss der Hans eigentlich, was du machst? Was? Das ist genau, was ich meine. Fredi, der Gemeinde erzählt es im ganzen Dorf. Hans wird sich freuen, wenn ich ihm anrufe und erzähle, was seine Frau hinter seinem Rücken macht. Dann kannst du mir auch von deinen Sexsäften erzählen. Also, wegen dem Haushaltsgeld. Meinst du nicht, dass lange jetzt drin? Wir haben doch noch so viele Plakete. Geh jetzt rein, geh hoch. Ach komm. Look, Tate. Die Bananapara.